Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way of the Hunter. Wir befinden uns mal wieder auf der Nordamerika-Karte. Und ich möchte heute mal unsere erste Trophäe jagen oder erlegen, weil unser Haus ist noch sehr, sehr leer. Die eine Trophäe steht ja schon, aber ich glaube, die ist schon standardmäßig hier. Aber hier sind überall noch Spots, wo man Trophäen aufhängen kann, hier an den Wänden überall. Und da oben auch. Das heißt, wir werden uns heute mal umschauen nach interessanten Tieren mit einer guten Bewertung, einem coolen Geweih, einem coolen Fell oder sowas. Ich hoffe, wir erlegen heute was. Aber bis jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Spiel echt nicht so leicht ist. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wird schon klappen. Wir fahren heute mal wieder mit dem Auto. Und zwar will ich mal in ein Gebiet fahren, wo wir noch gar nicht waren. Hier oben sieht eigentlich sehr interessant aus, muss ich sagen. Wollen wir diese Schlucht mal hochfahren. Das sieht echt spannend aus. Da geht es auch in einen komplett neuen Bereich. Das hier vorne dürfte die Brücke sein. Ich werde mal ganz kurz hier anhalten und dann schauen wir uns einmal um. Weil hier ist sehr viel Wasser und Wasser lockt natürlich die Tiere an. Vielleicht sehen wir hier schon irgendwie ein paar Rehe oder so. Oder was halt auch mal cool wäre, wäre irgendwie ein Carnivore zu sehen. Irgendwie ein Wolf oder ein Bär. Jetzt gerade scheint hier Tothose zu sein. Aber das Auto ist wahrscheinlich auch sehr laut, ne? Also ist vielleicht auch nicht das Beste, mit dem Auto so weit vorzufahren. Aber ein kleines Stück werden wir noch flühen. Ich würde sagen, da vorne steige ich dann aus und dann gehen wir zu Fuß weiter. Und dann schauen wir mal, was wir finden können. Oh, hier ist auch ein Wegweiser. Oh, dann gehen wir ab hier mal zu Fuß weiter. Das ist jetzt mal das Zeichen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was wir so finden werden. Oh mein Gott, da rennt einfach ein Bär. Schwarzbär. Der war auf einmal einfach vor mir auf der Brücke. Aber der hat mich leider gesehen, weil ich es nicht gecheckt habe. Der ist halt genau da vor mir gelaufen. Da habe ich halt gar nicht hingeguckt. Aber da der nur einen Stern hat und jetzt über alle Berge rennt, tun sie es, glaube ich, nicht, den zu chasen. Jetzt bleibt er stehen. Vielleicht ja doch. Ah, so ein Bär wäre schon heftig. Ich weiß halt nicht, inwiefern wir hier durchschießen können. Ich glaube, wir sollten uns erstmal näher ran sneaken. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Vielleicht können wir auch direkt durchs Wasser einfach führen. Die Enten, ey. Muss das jetzt sein? Der Bär ist auf jeden Fall noch da. Oh, jetzt geht er sogar ein bisschen offener gerade. 230 Meter. Ja, dann geht die ganze Zeit links und rechts. Aber wenn wir so langsam gehen, sollten wir noch näher rankommen. Ist auch schon lange her, dass ich auf Bären geschossen habe. Also in dem Spiel sowieso noch gar nicht, aber bei The Hunter halt. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo das her ist, um ehrlich zu sein. Und da das Chasen hier der Spuren so schwierig ist, sollte der Treffer halt schon sitzen. Alter, könnt ihr jetzt mal ruhig sein? Junge, ey. Wird mir ein Bestes geben. Auch wenn der jetzt nur einen Stern hat, wäre eine coole Trophäe. Das muss man einfach sagen. Ich wäre schon glücklich damit, den ersten Bär, den wir gesehen haben, wenn wir den alle kriegen. Das wäre heftig. Nehmen wir die Waffe schon mal raus und zero den auf 100. Dann sollten wir echt gut vorbereitet sein. Da ist er. 100 Meter genau. Da von vorne ist gar nicht schlecht, aber es wäre halt gut, wenn er sich aufrichtet. Ich treffe so den Kopf, ne? Traum ich nicht. Let's go. Ich schieße einfach zweimal, dann ist die Chance höher. Wo greift der an? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das bei der Hunter ist, wie bei der Hunter ist, dass man zweimal schießen darf. Die Trophäe dann nicht versaut ist. Wir müssen jetzt hinterher ganz schnell. Nicht entkommen lassen. So lange wie möglich beobachten. Der ist ja richtig schnell unterwegs. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Ich habe keine Ahnung, wo die Spur ist. Ich sehe halt da ganz viel Bewegung und so. Hey, das sind alles Schwarzbären da vorne? Oder was soll das sein? Seht ihr das? Ich bin gerade maximal verwirrt. Aber ich glaube halt, dass ich auch nicht das richtige Kaliber dafür habe. Deswegen glaube ich, ist eine Schwarzbärenjagd nicht das, was wir machen sollten eigentlich. Vielleicht sollten wir erstmal was Kleineres jagen und dann noch ein bisschen Geld kassieren und so, damit wir uns bessere Waffen holen können. Aber ich muss vermutlich jetzt eh einmal zurück, weil ich vier Schuss nur noch habe. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal zurückreisen. Oh, wie weit ich schon wieder gelaufen bin. Oha, krass. Wir könnten natürlich auch hier hingehen, dann haben wir ein neues Haus. Das wäre auch nicht verkehrt. Dann versuche ich mich mal hier hin zu begeben. Oh, amerikanische Schwarzbär da unten. Männlich. Oh, mit der Waffe wieder. Da ist er. Auch wieder nur ein Stern. Ich meine, wir können es versuchen. Wir haben ja echt eine gute Position. 130 Meter. Diesmal seitlich. Das ist aber vielleicht besser. Ja, wir brauchen halt echt eine neue Waffe. Müssen wir jetzt gut beobachten. Ich bin mal gespannt, ob der down geht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass es mit der Waffe klappt. Wo ist er hin? Da. Und hier haben wir wenigstens einen guten Blick. Der steht da noch. 300 Meter. Wie fröhlich der weiter rennt. Ich glaube, unsere Waffe ist halt echt shit. Ich werde den jetzt weiter beobachten. Mal gucken, ob der umkippt. Scheint jetzt auch keine Angst mehr zu haben, weil ich weit genug weg bin. Wahrscheinlich. Soll ich mal einen 300 Meter Schuss üben einfach. Dann machen wir das. Können wir nur noch zwei Kugeln. Zeit mit dem, wie sie wirklich misst. Zerunen wir mal. Oh, wir können sogar höher als das. Müssen sogar ein bisschen drüber zielen. Treffer. Ich glaube, war sogar zu hoch. Okay, noch ein Hit. Jetzt haben wir ihn viermal getroffen. Weh, der geht jetzt nicht down. Nein, jetzt rennt er weg. Jetzt rennt er endgültig weg. Ich versuche ihn trotzdem noch im Auge zu behalten. Ich habe den jetzt viermal getroffen und der lernt immer noch fröhlich. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber es ist auch mal interessant zu sehen, wie weit die Tiere rendern. Also das ist, glaube ich, schon weiter als bei die Hunter. Ist der down gegangen da hinten? Ne, da läuft er noch. Der läuft halt immer noch weiter. Crazy. Wirkt frisch. Der Blutspur geht hier auch weiter. Es ist keine Luft im Blut. Das ist doch immer ein schlechtes Zeichen, oder nicht? Ihr hattet mal in den Kommentar geschrieben, dass Luft im Blut immer heißt, dass wir die Lunge getroffen haben. Ah, der verliert richtig viel Blut. Guck mal, wie häufig die Tropfen sind. Hier hat man noch irgendwo was. Da. Man sieht das halt so schlecht. Das ist echt krass. Ach Gott, wir haben ihn. Endlich hat es mal geklappt. Das hat jetzt aber wieder lange gedauert, ey. Holy shit. Da haben wir ihn. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Schüsse. Also der erste war auf jeden Fall zu tief, wie ihr sehen könnt. Aber gar nicht mal so schlecht geämmt. Das Herz war ein bisschen da drüber. Das heißt, wir dürfen nicht so tief aimen beim Bär. Gut zu wissen. Der zweite Schuss. Ah, da war eine Katastrophe. Der dritte auch schlecht. Und der vierte sowieso. Der war ja ganz, ganz schlecht. Ja, wir haben echt keinen guten Schuss gesetzt. Das muss man einfach sagen. Aber Leute, wir haben Bären erlebt. Komm. Ist doch schon mal gar nicht schlecht. Vor allem wahrscheinlich auch mit der falschen Waffe. 560 könnten wir den verkaufen. Aber wir könnten den, glaube ich, auch ausstopfen. Das hier ist ausstopfen, oder? Taxidermie. Oh, jetzt haben wir den auch freigeschaltet. In der Enzyklopädie. Da gucken wir jetzt mal rein, schnell. Siehst du, hat sich das ja sogar gelohnt. War nicht clean, aber war eine gute Erfahrung. Also wir haben auf jeden Fall dazugelernt. Und der ist Stufe 6, zusammen mit dem Elch. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Waffe, die zu schlecht ist. Weil jetzt aktuell haben wir ja... Wo sehen wir denn das Inventar eigentlich? Da. Das ist, glaube ich, eine Stufe 5 Waffe, ne? Ich kann hier gerade gar nicht das anzeigen lassen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Remington Stufe 5 ist. Ich bin jetzt mal zurückgereist. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den aufstellen können, den Bären. Wäre auf jeden Fall cool. Vielleicht hier oben oder so? Ja, guck mal, den können wir jetzt auswählen. Das ist der, ne? Cool. Unseren ersten Schwarzbären, den wir ja geschossen haben. Das kostet mich Geld, oder was? Ich glaube, das kostet so viel Geld. So viel Geld haben wir halt nicht. Oh nein. Aber das will ich auch nicht ausgeben. Dann können wir unseren Bären doch noch nicht platzieren. Schade. Aber wir können doch mal eben gucken, wegen der Waffe. Dass wir die irgendwann mal wechseln können. Dass wir dann eine Stufe 6 Waffe kriegen. Dass wir beim nächsten Mal dann auch auf Elch und Bär gehen können, wenn wir die dann finden. Bär, schade, wenn nicht. So, im Shop mal eben schauen. Da gibt es doch bestimmt was. Jagdstufe steht immer hier. Guck mal, Stufe 6. Da haben wir schon mal eins. Kostet 3900. Also gar nicht so weit weg noch. Stufe 5. Stufe 5. Remington ist auch Stufe 5. Also mit der wir gerade gejagt haben. Deswegen war das bei den Bären auch so unerfolgreich. Ja, wir müssen halt tatsächlich auf 3900 warten, so wie es aussieht. Die ist noch teurer. Ja, dann müssen wir ordentlich sparen. Muss ja nichts. Also das nächste Ziel wird dann diese Waffe sein. Das werden wir dann in der nächsten Folge dann hoffentlich mal anpeilen. Dann gehen wir mal auf Rehjagd oder so, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber Leute, das soll es jetzt mit der heutigen Folge von Way of the Hunter gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ja, lasst es mich mit einem Like wissen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Schmerz uns mit einer eng inside. Dandy du clair сдел prayer.